Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Trine 3, zusammen mit Arne. Ha, hallo. Und mit Arne. Und mit Guru Beis. Pontius, Amadeus und Zoya. Achso. Ja, wollen wir dann hier mal Ryan hier. Was ist denn mit den kleinen Levels? Die kleinen Levels sind, nee, wollen wir die am Ende oder jetzt? Ich würde die am Ende machen, dann machen wir die am Ende. Jetzt spielen wir die Astral-Akademie. Yes! Amadeus, Pontius und Zoya konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihrer außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Die Helden betraten die Astral-Akademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Okay. Wir hatten nur eines von drei Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. Wo sind wir hier bei Mike, hier, wie heißt er, Mickey Mouse. Sieht so aus, ne? Das bist du doch, ne? Du meinst der Zauberlehrling, oder? Ja. Wir sind hier bei, 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 ja. Äh. Was ist das hier? Bleib du mal, bleib du mal da stehen, ich hol sie wieder. Das war ein Kora. Nein! Ich ja? Das Problem ist, ich glaube, wir brauchen eine andere hier. Sie muss hier auf der anderen Seite stehen. Nein, nein. Ich kann hier noch eine Kiste draufstehen. Rechte eine Kiste? Äh, mach ich nochmal Kisten. Rechte Maustaste. Nee, geht nicht. S? Ich kann nicht zaubern. Tja, das war's. Ja, das ist... C? Ich kann mir gehen das nochmal. C, F oder so? Nein, ich kann nicht zaubern. Es geht einfach nicht. Was, welche Taste ist das denn? Ja, ging auf meine Maus auf jeden Fall. Ich kann nicht zaubern hier. Mittlere Maustaste. Es ist gesperrt hier, weil Maggisch wahrscheinlich. Achso. Ja, Anne, dann komm du doch mal rüber. Warum? Was meinst du denn, was sie machen? Ich glaube, sie kann sich da oben ran duxen, oder? Woran? In der Mitte? Oben, über der Brücke? Nee. Okay, kann ich da so rüberspringen? Ja, ich glaube, ich schaffe das. Wie kann ich denn chargen überhaupt noch? Achso, so. Ja, dann. Viel Spaß. Komm mal. Du schaffst es, Goro. Oh, er hat verkackt. Es würde gehen. Es wäre gegangen. Aber ich kann die, glaube ich, nicht zaubern, weil gesperrt irgendwie. Keine Ahnung. Versuch mal, was du zaubern. Vor der Tür ging es. Das weiß ich, aber hier nicht mehr. Ah, nee. Kannst du mal als Zauberer hier das einschlagen oder als Krieger? Kann nix, gar nix gerade. Ich kann nur laufen. Charge mal dagegen. Hier, das kann ich hochheben, weil er hochheben kann ich. So. Aber Kisten machen geht nicht. Ganz komisch. Hast du vielleicht die Steuerung irgendwie geändert? Ich guck nochmal. Einstellungen, Steuerung. Anne. Hier drüben, Anne. Anne, hier. Du bist... Nein. Anne. Oh, ich dachte, ich kann mich da dranhängen. Von mir aus. Wieso, mein Scheiß. Kommen wir hier nach rechts. So. Da oben. Ich kann doch zaubern. Wie denn? Was war denn das Problem? F. Ah, warte. Jetzt müsste eigentlich... Eh. Eh. Oh, warte mal. Ich hab eine Idee. Eh. Jo. Damit herzlich willkommen hier zu einem Senior Player. Let's play. So. Weißt du, Anne muss nochmal nach rechts. Anne, komm zurück. Ja, ich versuch's ja. Wedel. Wedel. Komm, Anne. Ich versuch. Warte. Schwing. Baby, schwing. Geh zurück. Ah, okay. Ah. Ah. Kann ich die Kamera drehen? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Jetzt da rechts an den Ring. Jetzt hier an das Ding. Ah, okay. Wie ging denn das nochmal? Nochmal randduxen. Und dann da drüben randduxen. Also nach hinten gehen. Ja, so, ne? Jetzt hast du's. Wenn ich jetzt loslasse, müsste der da bleiben. Oh, ja, okay. Und jetzt hole ich den anderen. Okay. Ganz schön knapp gehst. Jetzt müsstest du den auch festmachen. Nö, da kann ich ja so hoch. Ja, aber wir müssen auch hoch. Ja, aber wir nicht. Loops. Toll. Jetzt mach ich alles kaputt. Warte. Nein, warte doch. Warte doch. Schneid ja nicht. Ist die fast weggefallen gerade? Ja. Das Seil hätte auch noch fünf Meter länger sein können. Geh einfach hoch. Was sind diese drei Artefakten? Schnell. Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind drei magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Harte mal, hier müssen wir rechts drehen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Hä? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man, die Zwerge. Aber das ist unwahrscheinlich. Das muss dazu sehen sein. Sie ähneln nichts, was die Zwerge. Das oben rechts. Du musst es richtig drehen. Das oben rechts. Das oben rechts muss sehen. Links, links, links. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufgebaut werden. Okay, rechts hab ich's freigeschaltet. Ja, warte. Jetzt nach oben nach oben laufen. Jetzt nach oben links laufen, Guru. Hier, hier. Ja, und jetzt, ja. 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 Hm, Hisi hab ich natürlich gleich gewusst. Hast du rechts alles gesammelt, Anna? Ja. Ja. Das Wasser, Nefi. Nein, hat sie nämlich nicht. Hier liegt mir so ein. Das war so klar. Also, Anne, die kannst du nicht alleine. Warum lügst du? Sag dich, verdammt sie. Ich hol den. Ich müsste das schaffen. Theoretisch müsste ich das schaffen. Guru, kannst du mir mal kurz helfen hier? Hab ihn. Kann ich auf den Schild springen? Geht in dem Spiel leider nicht mehr. Echt nicht? Nee. Gegen dem alten geht hier leider nicht. Kann nicht nach oben ziehen. Verschwung. Dann brauchen wir den Zauberer dafür. Hallo. Was denn? Er ist da oben auf dem Dach. Die dunkle Magie hat die Akademie befallen. Ich hab keine Angst vor diesem durchgeknallten Plunder. Hoffentlich stirbt das Zeug so schnell, wie es zum Leben erweckt wurde. Oh, was zum Werfen. Mach mal ne Kiste. Ich wollte die da hinten nicht wegmachen. Das Geschreie von dir, ne? Hier, nochmal raus, bitte. Ja, bitte raus. Einmal hier. Hier, warte. Hier ist aber noch was. Da oben ist anderes. Das reicht, wenn es nur wir zwei machen, glaube ich. Ach, hier geht es weiter. Okay. Stampf mal. Wie mache ich denn nochmal stampfen? Äh, rechts springen und rechts legen. Okay, ist aber wir haben es. Also wir haben es. Das ist schon mal wichtig. Aber sah schön ausgucken. Wo komme ich denn wieder? Hier bei mir. Also cool. Kann man gegen gerade auf Anne. Stampfen mal. Ich glaube, du hättest mit deiner Kiste stampfen sollen. Das wäre nicht so schlimm. Muss ich da Kisten rein und stöpseln? Ja. Musst du. Okay. Passt nicht. Achso, die halten so. Okay. Jetzt warte doch. Ich war fast oben. Musst du da allgemein hoch? Ja, ich glaube ich. Oh, oh, oh. Rechts. Oh nein. Da ist noch eine Kiste. Ah, warte mal. Wir müssen hier einmal hin. So. Ja. Oder so, Guru. Hier braucht man eine Kiste hin. Ja, aber... Ich kann nur einfach eine von unten nehmen. Die brauchen wir bestimmt gleich hin. Aber wir können auch hier hin. Ja, dann nehmen wir die wieder mit. Komm ich da hoch? Ja. Okay. Wie kommen wir hier hin? Jetzt müssen wir... Warte. Jetzt muss ich... Hier nachher... Nein, nein, nein. Was denn? Hier hoch müssen wir oder nicht? Ja, genau. Da hoch. Achso, da kann man einfach so rüber. Moment. So. Tada. Hier kannst du was durchschneiden, oder? Ja, okay. Und hier... Was ist hier rechts noch? Da geht es weiter, glaube ich, oder, Guru? Ja. Ich kann mit der Kiste das Ding bewegen. Hier geht es weiter? Nee. Nee. Kannst du nicht... Kannst du nicht darüber? Ja? Mit der Kiste? Ja, genau. Jetzt muss die Kiste da reinmachen, glaube ich. Da unten ist aber auch noch was. Ja, dann gehen wir gleich mal hin. Dann kommen wir von rechts hin. Aber ich glaube, hier geht es weiter, oder? Ich glaube, ich habe einen Scheiß gemacht. Du bist gestorben. Ja. Hier geht es weiter auf jeden Fall, glaube ich. Oder geht es bei dir weiter, Anne? Nee, bei mir geht es nicht weiter. Das war nur so ein Special-Raum. Okay. Ich glaube, da habe ich alles. Achso, warte, ich hole den Guru eben. Ich muss mir da nur wieder hinkommen. Kann ich von hier dahin springen? Ja, das geht. Geht. Also, ich habe es gedacht. Da ist doch so eine Leiste zum dranhangeln. Ist das echt eine Leiste zum dranhangeln? Okay. Wo kommst du denn wieder, Guru? Ah, da hinten. Okay, ich hole ihn. Ja, hier ist es. Guck. Ah, cool. Na dann. So einfach dann doch. Ja, das Leben könnte so einfach sein. Aber da unten ist doch noch was drunter. Ja, da kommen wir gleich hin. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren mit einem verbunden. Aber da geht es noch irgendwie runter. Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben? Wer hat das erlaubt? Goro, kannst du hier irgendwas kaputt machen? Komm mal runter. Guten Tag. Guck mal, ob du da drin irgendwas kaputt machen kannst. Auch stampfen mal. Scheint nicht, aber wie kommen wir da runter? Da nicht. Warte, ich guck mal von der anderen Seite. Ich glaube, du hättest, wenn wir da, du kannst da bestimmt eine Kiste dran machen, sodass du so ja da ranschwingen kannst, weißt du? Warte, hier kann ich mich doch dran bringen. Hier. Kannst du unten durchs Loch da dran oder was? Könnte sein, dass ich mich da so hinschwängeln kann. Schwängeln? Mit ihm langen Schwängeln. Ich meine natürlich. Mit den roten Turnschuhen. Aber hier geht es auch nicht. Ach doch, da oben geht es weiter. Das heißt, wir müssen jetzt den hier hochheben, oder was? Ich war so offen. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Moment. Der Klassiker. Achtung. Jawohl. Ich glaube, es ist falsch so, aber es ist okay. Ich habe mich einfach hochgeschickt. Wir glitschen hier eh mal rum. Es ist echt ein bisschen schade, dass das Spiel noch so buggy ist. Es ist auch viel zu leicht, finde ich. Ich habe das Gefühl, wir rennen da einfach nur so durch. Nephi hat sich gerade gar nicht bewuszt. Hier, 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 hier. Warte. Hier, hier, hier. Oh, wie ausflachsend. Wie so ein Hund, der gerade so einen Knochen gefunden hat. Liquid's finden ist meine Spezialität, ey. Was ist das hier? Was müssen wir hier machen? Zwei dicke Bälle. Guck mal, der mal mit. Gorotti, weggeschossen. Ist kein Fußball. Brauchst du dir für bestimmt. Oh oh. Mach das Spiel nochmal hoch. Nochmal so krass wie vorhin. Oha. Hui. Stampfen. Oh. Wenn ich den liegen lasse, rollt der weg. Nee, der bleibt liegen. Wie geil ist das denn? Ja, ich bin oben. Lass den Ball liegen. Du kannst auch stampfen. Ich weiß. Ich werde es ausprobieren. Ah, toll. Der stampft doch. Nee, ich kann gar nicht stampfen, nur du. Da regle ich das. Oh Gott. Das war falsch gestampft. Jetzt. Oh. Ah. Oh mein Gott. Der Ball ist weggeflogen. Komm, Anne, ich mach nochmal. Letztes, Anne, spring. Woo. Na gut, Anne, nochmal. Jetzt ist sie bei mir oben. Nee, sie ist bei mir oben. Kannst du nicht kommen. Jetzt muss ich nur noch für mich hoch. Allein hast du ja wohl geschafft. Äh. Hier. Ach so. Guck mal, wie easy peasy das war mit dem Stampfen. Oh Gott, das sind hier dann alle so hoch. Hier ist nichts mehr. Hier waren nur Steine. Ey, das ist so ver... Das ist so komisch mit der Perspektive manchmal. Geh weiter. Ach so, du belebst ihn wieder. Mach links, Anne. Rechts ist nichts mehr. Checkpoint ist hier. So. Lauf. Und das mit dem Rhythmus üben wir nochmal. Ja, ich bin ein echter Musiker. Noch krasser. Oh. Das war nicht so hoch. Oh. Ich mach das Löffel davon. Das ist nach oben geglitscht. Der ist gar nicht mehr da jetzt. Nee, das hängt da oben in der Luft. Er war einfach zu toll. Alter. Ach so. Du musst nur stehen bleiben. Du hast es doch gut gemacht. Du musst mich da hoch kriegen, damit ich es hoch runterholen kann. Lampf mich hoch, Anne. Jetzt. Lampf mich hoch. Ich will da hoch. Ja, nimm die Kisten weg. Das Problem ist, ich... Ah. Ich hab es trotzdem nicht geschafft, obwohl es so weit oben war. Und meine Kiste da. Dieses Ding muss hoch wieder. Wie geht denn das wieder? Ja, das ist da oben. Das ging... Nein, das linke. Ja, aber das... Die sind zusammengebunden. Wenn das rechts runter geht, geht links so. Ich hab's kaputt gemacht. Ja. Hahaha